Das heißt, du brauchst hier auf jeden Fall einen Experten. Also Vorsicht vor Leuten und Agenturen, die das einfach mal so nebenbei auch anbieten oder sonstiges. Du brauchst hier einen Experten. Und warum? Weil es eben kalter Krise ist. Du schickst die Leute auf eine Landingpage und dann hast du sagen, mal irgendwie, ich mache jetzt einfach mal, du musst das Ganze auch testen, also viel testen. Und dann hast du hier, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du hier auch einen Experten hast, der in deiner Branche Erfahrungen gesammelt hat. Also was bedeutet denn Experte? Bedeutet das, dass du jetzt jemanden hast, der seit fünf Jahren Tag und Nacht nichts anderes macht als Facebook-Werbung? Okay, ein Kriterium. Aber hat der auch schon mal Facebook-Werbung für deine spezifische Branche gemacht? Zweites Kriterium. Alle Zellte Kriterium. Untertitelung des ZDF, 2020